Ferienhaus mit zwei Zimmern Holiday M. Das Modell Holiday M ist ein kompaktes Holzhaus mit Wohnzimmer, Schlafzimmer und einem Badezimmer. Die Gesamtinnenfläche beträgt 30 Quadratmeter. In der Standardausführung besitzt das Haus 70 Millimeter dicke Wände, zweifach verglaste Türen und Fenster mit gehärtetem Sicherheitsglas, Metallstäbe in den Wänden für maximale Stabilität, 28 Millimeter Bodenbretter, 18 Millimeter Dachbretter, massive 170 Millimeter starke Dachpfetten sowie alle anderen notwendigen Bauelemente. Drei Fenster sind mit einem deutschen Kipp- und Drehsystem ausgestattet, während drei Fenster nicht geöffnet werden können. Zusätzlich befindet sich im Badezimmer ein kleines Fenster, das geöffnet werden kann. Dieses Modell kann als kleines Ferienhaus, Gästehaus im eigenen Garten oder auf dem Campingplatz, zum Vermieten oder als Büro genutzt werden. Für die ganzjährige Nutzung empfehlen wir unsere optionalen Isolations-Sets für Dach und Boden, die Sie zu einem fairen Preis bestellen können, sowie den Einbau einer Heizung. 2. 3. 14.